Sag mal, Manu, mit welcher Legende hättest du gern mal zusammengespielt? Rüttrillet. Dein Lieblingsort in Hamburg? Uh, schwer. Ähm, Eistar. Der beste Gegenspieler in dieser Saison? Tanaka. Das leckerste holländische Nationalgericht? Frikandel. Wenn du ein Tier wärst, welches wäre es? Hund. Wer hat den besten Modegeschmack im Team? Hm, Baka. Welcher Mitspieler wird später mal ein guter Trainer? Mefo. Wer wird nächstes Jahr Europameister? Holland. Lieblingsübung im Training? Schießen. Die HSV-Fans in einem Wort? Überragend.